Die größte Neuanschaffung diesen Jahres ist der Kenfield 360 Grad. Eine Kamera, die fast alles kann. Was? Versuche ich jetzt zu erklären. Wir haben ein ganz, ganz neues Gerät, das heißt WB360. 46 x 2 hochauflösende Kameras machen mit einem Lichtblitz ein Rundumbild vom menschlichen Körper. Wofür braucht man das? Wir in der Ästhetik nutzen das, um zu beweisen, dass wir Fett weggemacht haben, dass alles gleichmäßig ist. Aber die eigentliche Anwendung dieses Gerätes ist die Erkennung und Nachverfolgung von Hautkrebs, das Neuentstehen von Hautkrebs. Was macht man? Man rekonstruiert die gesamte Hautoberfläche mit einer unfassbar guten Auflösung, dreidimensional, und kann dann sich diese Bilder anschauen. Und es ist ja so, dass die Hautkrebs in Gegend an der langläufigen Meinung nicht auf einem alten Muttermal wachsen, in aller Regel, sondern de novo auf normaler Haut. Natürlich ist es so, dass der, der viele Muttermale hat, ein höheres Risiko hat, auch später ein Melanom zu kriegen. Aber es ist nicht so, dass diese Muttermale direkt dann auch der Ursprung des Melanoms sind, des schwarzen Hautkrebses sind. Und deswegen machen diese dreidimensionalen Aufnahmen in der richtigen Medizin, das heißt in der Krebsmedizin, einen hohen Sinn. Und für uns eben auch zum Beleg dessen, was wir gemacht haben im Bereich der Ästhetik, sei es Körperforming, Bodysculpting und oder aber auch andere Dinge, auch da zum Beleg und zur Beforschung eine Riesenbereicherung mit diesem Gerät. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne. Und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.